Wer ist dein Gott? Und dein Prophet Mohammed, was ist dein Buch und deine Religion? Die erste Säule des Islam, Eshahe, da müssen wir sagen Die erste Säule des Islam, Eshahe, da müssen wir sagen Le'ilahe illallah, Mohammed Rasulallah Le'ilahe illallah, Mohammed Rasulallah Fünfmal am Tag hören wir Auf den Ruf Allah antworten wir Auf den Ruf Allah antworten wir Kümmert es Salat, Lach Ekwa Wer ist dein Gott? Allah und dein Prophet Mohammed, was ist dein Buch und deine Religion? El Islam, wer ist dein Gott? Allah und dein Prophet Mohammed, was ist dein Buch und deine Religion? El Islam, für die Bedürftigen und die Armen geben wir Sakat ganz sicher Für die Bedürftigen und die Armen geben wir Sakat ganz sicher Wir bringen Freude in ihre Herzen und wir reinigen unsere Seelen Wir bringen Freude in ihre Herzen und wir reinigen unsere Seelen Im Ramadan samt den ganzen Tag lesen wir de Quaran und beten Ramadan samt den ganzen Tag lesen wir de Quaran und beten Unsere Sünden können wir frei sein in Leila del Kadri Von unserem Sünden kann man nicht frei sein in Leila del Kadri Wer ist dein Gott? Allah und dein Prophet Mohammed, was ist dein Buch und deine Religion? El Islam, wer ist dein Gott? Allah und dein Prophet Mohammed, was ist dein Buch und deine Religion? El Islam, wer ist dein Gott? Wenn wir können, pilgern wir zu Mekka und für'n Hatsch Wenn wir können, pilgern wir zu Mekka und für'n Hatsch Es ist nur einmal im Leben Es ist nur einmal im Leben Die Grundlage des muslimischen Lebens Fünf Säulen auf den Weg gedeihen Die Grundlage des muslimischen Lebens Fünf Säulen auf den Weg gedeihen Jetzt kennst du sie im Herzen Sag ihnen alles von Anfang an Jetzt kennst du sie im Herzen Lass sie uns wiederholen Alles von Anfang an Wer ist dein Gott? Allah und dein Prophet Mohammed, was ist dein Buch und deine Religion? Der Islam Der Islam Untertitelung des ZDF, 2020